Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch etwas vor, was sehr skurril ist. Einen sogenannten Ferrofluid-Speaker, Lautsprecher, wie auch immer. Als ich das gekauft habe, das war noch letztes Jahr, wie man hier sehen kann, war mir gar nicht so richtig klar, was das eigentlich ist. Hier steht ja im Prinzip magnetischer Fluid-Bluetooth-Lautsprecher, Tonabnehmer, tanzender Ferrofluid mit Musikrhythmus, blablabla, 360 Grad zu haben, das ist natürlich alles Mumpitz. Ja, egal. Jetzt kostet 1,50 Euro mehr, als ich bezahlt habe. Immer noch ziemlich teuer, finde ich. Link ist in der Beschreibung. Ja, direkt über den Link zu meinem eigenen Messer. Gönnt euch Mies, wenn ihr mal Verpackungen öffnen müsst oder was auch immer. Gut, also, ja, Mann, es ist Werbung. Um Gottes Willen, hier, es muss eingeblendet werden, es tut mir leid. So, Lautsprecher ist leider keine Werbung, den habe ich ja selbst bezahlt. Nun, also es ist kein Lautsprecher eigentlich. Ja, gut, wir schauen uns das jetzt zusammen an. Es ist schwer zu beschreiben, deswegen zeige ich es euch lieber. Okay, wir haben hier auf jeden Fall eine ausführliche Anleitung in einer Schrift, die ich nicht entzittern kann. Ah ja, Instruktions. Note, this product does not include speakers and cannot make sound. Ja, gut zu wissen, wenn man das schon gekauft hat. Geil, ja, wir haben hier, ach ja, ein Magnet. Ah, ich habe extra ein Magnet hier besorgt, um das zu zeigen. Oh nein, hier haben wir sogar eins dabei, das ist ja schön. So, was haben wir denn hier? Oh, wozu brauchen wir ein Kabel? Der macht wahrscheinlich Licht. Oh, das ist ja cool. So, gar kein Problem, Powerbank ist immer am Start. So, okay, jetzt bin ich aber auch gespannt, okay. Fuck, das Ding ist ja um einiges mächtiger. Also mir fällt gerade gegen ein anderes Wort ein, als ich jetzt gedacht hätte. Qualitäts... Junge, was zum... Okay, das ist ja richtig, äh... Das ist ja richtig wild. Also, das ist... Ich dachte, ich bezahle hier halt nur Haufen Kohle für irgendeinen, weiß ich nicht, Wishartikel. Aber an sich wirkt das Ding ja wirklich solide. Folie drauf. Ist natürlich runter. Oh ja, so Folien, die nicht so direkt abgehen. Aber ganz wichtig, sonst kann ich ja nichts machen. Mit Folie drauf, das geht einfach nicht. Oh. Okay, gut. Geht doch. Oh, Kleberreste. Oh, das triggert alles in mir. Gut, was haben wir hier? Leuchtet das? Sieht aus wie Bambus, ist aber kein echtes Holz. Ja. Jedenfalls Ferrofluid Music Made One. Das ist der richtige Name. Ja, mit Druckschrauben. Fünf an der Zahl, um den zu öffnen, wenn man das möchte. Designed by Venom Sound. Mhm. Was zum Geier. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Na gut, nee, ist ja logisch. Das muss ja rein theoretisch mit Strom betrieben sein. Oder? Eigentlich nicht. Das überrascht mich gerade. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Gut. Wir schließen den direkt mal an. Wir sehen hier das Mikrofon, so ein LED und das USB-C Anschluss Element. So, auch ein nettes Kabel. Also wir bekommen hier was, was qualitativ... Äh, qualitativ, Digga. Ich brauche wirklich Hilfe. Qualitativ auf jeden Fall irgendwie hochwertig wirkt. Ich bin zwar nicht mehr sicher, an welchen Anhaltspunkten ich das feststelle. Aber es fest sich auf jeden Fall so an. Fest sich nicht billig an. Also ich mache so. Okay. Wir haben hier eine Flüssigkeit. in der wir dieses Ferrofluid hier haben. Das kennt ihr ja eigentlich alle. Jeder hat mal Ferrofluid irgendwie gesehen. Wie er so bizarre Formen annimmt, wenn man das mit Magneten umgibt. Ja, so sieht das aus. Lange drücken oder was? Ja, jetzt. Ah, okay. Oh, jetzt hat sich auf jeden Fall was verändert. Also das ist jetzt eingeschaltet. Und das funktioniert auch schon. Hier ist das Mic. Ah, das ist jetzt kein Fake oder so. Ja. Ich. Ja. Ich. Null. Ulm. 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 Ei. Junge, was für ein unendlicher geistiger Unrat. Also ich habe natürlich jetzt auch gleich noch was anderes, um das zu testen. Und zwar hier ein bisschen Musik. Ja. Hü. Das ist ja geil. Und was hat das für einen Nutzen? Im Prinzip überhaupt gar. Ulm. Keinen. Wow. Muen. Hut. Ja. Okay. Das ist der Hammer. Ja. Okay. Ich muss die ganze Zeit lachen, weil das ja die ganze Zeit interagiert mit meiner Stimme. Okay. Das ist irgendwie interessant. Das geht nicht auf alle Arten von Sound gleich. Okay. Spielen wir mal ein bisschen Moschteck ab. Mal schauen, was unser Bré dazu sagt. Das ist irgendwie eine Hüste. Oh. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie... Das ist.. Ich bin so ein Liebens von mir. Und jetzt bin ich an der Schöne. So ein bisschen machen. Ich bin auf chlorometrischer. Und ich bin so ein Liebens von mir. Ich bin so ein Liebens von mir. Und ich bin so ein Liebens von mir. Das ist wirklich interessant. Also ich versuche es jetzt mal zu interpretieren, was hier abgeht in diesem Ding. Also wir haben hier hinten hinter dieser weißen Fläche im Prinzip dann irgendwie so eine Art Spule und die induziert ein Feld, wenn ein Ton von dem Mikrofon aufgenommen wird sozusagen. Ich will nur wissen, was passiert, wenn man das Mikrofon streichelt. Oh, da rastet es richtig aus. Man hört das sogar leicht, hört mal genau hin. Es entsteht so ein ganz leiser Ton, wenn das Ding was macht. Das ist auf jeden Fall krass, da oben ist eine Luftblase. Die hat die Farbe angenommen von dem Ferrofluid, die sieht man nicht, wenn man es aufstellt. Das ist auf jeden Fall absolut unnötiger Scheiß. Jetzt habe ich euch gezeigt, was ein Ferrofluid Speaker ist und ich weiß jetzt immer noch nicht, was das überhaupt sein soll, was das bringt, warum es es gibt und was ich damit machen soll. Was für ein Scheiß, Junge. Okay, naja, dann vielen Darm. So, wie ich den Finger auf den Mic habe. Füß anschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Ferrofluid Berg. Ich kann nicht mehr.